Aristokratie bezeichnet in der Politikwissenschaft die Herrschaft einer kleinen Gruppe besonders befähigter Individuen, wobei die Art der Befähigung nicht näher bestimmt ist. Die ursprüngliche Wortbedeutung ist Herrschaft der Besten. In der Praxis wurde die Eigenschaft zu dem Besten zugehören in aller Regel mit der Zugehörigkeit zu einer adligen Oberschicht gleichgesetzt, weshalb man unter Aristokratie meist die Herrschaft des Adels versteht. In den Geschichtswissenschaften wird der Begriff Aristokratie auch synonym zu Adel als der Gesamtheit aller Adligen in einem bestimmten geografischen Bereich verwendet. Es existierten jedoch auch bürgerlich-aristokratische Systeme der Patrizier in Städten oder klerikalistische Priester-Aristokratien. Im übertragenen Sinne werden die Begriffe Arbeiter-Aristokratie und Geld-Aristokratie verwendet. Etymologie und Definition Das Wort Aristokratie gelangte über das spätlateinische aristokreische erst im 16. Jahrhundert in die deutsche Sprache, wo es in staatstheoretischen Schriften verwendet wurde. Seit dem 17. Jahrhundert wird damit auch die Gesamtheit des Adels bezeichnet. Seitdem kann das davon abgeleitete Adjektiv aristokratisch neben die Aristokratie betreffend, auch vornehm oder edel in Bezug auf Gesinnung und Wesen bedeuten. Aristokratie bedeutet demnach, in der klassischen Verfassungstypenlehre des Aristoteles die Herrschaft der Besten der Tugend oder der Tüchtigkeit. Im Gegensatz dazu steht nach Aristoteles die Oligarchie die Machtausübung durch eine Minderheit, die die Macht an sich gerissen hat und den eigenen Vorteil sucht. Eine Herrschaftsform, in der der Adel oder eine andere Oberschicht wie das Bürgertum in der Städte-Aristokratie oder Priester in der Priester-Aristokratie die Macht ausüben. Hier sind die Besten in der Regel die durch ihre Herkunft oder durch ihre obrigkeitliche Einsetzung in Ämter berechtigten. In der Neuzeit eine Bezeichnung für die Angehörigen des Adels in Abgrenzung zu Klerus und Bürgertum. Historische Theoriebildung Die Aristokratie bei Platon ist die am Gemeinwohl orientierte idealtypische Herrschaft der Besten. Diese Idee wurde zunächst von seinem Schüler Aristoteles und später vom griechischen Historiker Polybius weiterentwickelt. Sie fällt wie die Oligarchie unter die Herrschaft der Wenigen, wobei die Oligarchie als die am Eigennutz weniger ausgerichtete Herrschaftsform definiert ist. Grundsätzlich bestand in der Staatstheorie seit Platon die Idee, dass jede am Gemeinwohl orientierte Herrschaftsform ein enttatetes, nur an den Interessen der Herrschenden orientiertes Gegenstück hat. Diese Theorie der Verfassungsformen ist aus der Beobachtung und Analyse der Politik antiker griechischer Stadtstaaten abstrahiert. Empirisch haben die Autoren dagegen vor allem Mischformen gefunden. Grundformen der Verfassungen Aus der Erkenntnis heraus, dass diese sechs Grundformen der Verfassungen notwendigerweise instabil sind, hat vor allem Polybius die Idee des Verfassungskreislaufs entwickelt, die diese Herrschaftsformen zueinander in Beziehung setzt. Fast alle heute in Europa anzutreffenden demokratischen Regierungsformen basieren auf landesspezifischen aristokratischen Vorläufermodellen, bei denen Adel, wohlhabendes Bürgertum oder Kirchenvertreter ein Mitbestimmungsrecht bei der Steuererhebung, Fragen der Gewaltenteilung oder Herrscherwahl hatten. Der Übergang von aristokratischen zu demokratischen Regierungsformen vollzog sich meist in der Form, dass zunächst allen Bürgern ein Wahlrecht zugestanden wurde, später dann Unterschiede in der Stimmgewichtung oder Ausschlüsse von Bürgerrechten für einzelne Bevölkerungsgruppen aufgehoben wurden. Siehe auch, aristokratische Republik, Gerontokratie, Kleptokratie, Meritokratie, Plutokratie, Timokratie.